Hallo, in diesem Video möchte ich darauf eingehen, mit welchen fünf Fragen du herausfindest, ob du auf dem aus meiner Sicht richtigen Weg bist, ein professioneller Schlagersänger bzw. Interpret zu werden. Logischerweise musst du gut und gern singen und auch gern und gut auf der Bühne stehen und dein Publikum unterhalten wollen und können. Aber bevor du dir realistisch beantworten kannst, ob du auf dem richtigen Weg zum Profi bist, kannst du dir womöglich mit der Beantwortung dieser Reihe von Fragen die Antwort geben. Ich möchte nur erwähnen, dass dies keine künstlerische Annäherung an das Thema ist. Es geht hier also nicht darum, dass du eine tolle Stimme und eine tolle Ausstrahlung hast oder brauchst. Das ist die Voraussetzung. Hier geht es um deine Hausaufgaben, um die Hausaufgaben, die ein Künstler aus meiner Sicht erledigen sollte. Unsere Annahme ist also, du singst gern, trittst regelmäßig auf und hast auch bereits deine eigenen Lieder veröffentlicht. Jetzt wartet der nächste Schritt. Aus meiner Sicht geht es ja bei einer Interpretenkarriere vor allem um das Publikum. Denn dein Publikum macht es überhaupt erst möglich, dass dein Traum wahr wird. Ohne Publikum keine Einnahmen, ohne Einnahmen keine Karriere. Es geht also gleich zu Beginn darum, kann ich mein Zielpublikum bedienen. Wer sein Zielpublikum kennt, weiß zumeist sehr genau, was einem Zielpublikum schmeckt bzw. was es will. Wie ein Eisverkäufer auch manchmal ein paar exotische Sorten dabei haben kann, sind die gängigsten Sorten, Vanille, Schokolade, Erdbeer oder so, immer mit dabei. Denn ein Eisverkäufer ohne die Lieblingssorten seiner Kundschaft hat sein Publikum nicht verstanden. Es geht darum, erstmal herauszufinden, wer ist alles mein Zielpublikum. Du beschreibst zum Beispiel mal fünf Menschen, die du erreichen möchtest. Alter, Geschlecht, Interessen, Hobbys etc. Sind es Wandern, Reisen, Tanzen, Feiern etc. Stell dir die Frage, für wen machst du eigentlich Musik? Ist es die Irene, sagen wir 48, Angestellte, die hört die Musik vielleicht im Büro oder zu Hause? Ist es, nehmen wir den Achim 46, ein DJ für Tanzveranstaltungen? Oder nehmen wir den Josef 52, ein Musikredakteur in einem Webradio? Ist es die Irene, vielleicht 28 und Altenbetreuerin, die Musik gern hört zur Entspannung? Oder ist es der Thomas, 38, ein Party-Tiger, der gern Discofox tanzt? Erfüllen deine Lieder die Erwartungen deines Publikums? Also wir kommen zu Frage 1, habe ich die richtigen Lieder für mein Publikum? Es geht also um die Stimmigkeit. Stimm die Lieder mit der Erwartungshaltung deines Publikums überein. Habe ich die richtigen Lieder für mein Publikum? Im nächsten Schritt geht es darum, wo und wie finde ich mein Zielpublikum? Zielpublikum muss ja skalierbar sein. Das heißt, die Unterstützung und Bestätigung von Familie und Freundeskreis ist zwar super und auch sehr schnell motivierend, aber das kann nicht skaliert. Also das System kann nicht wachsen, das kann nicht skaliert werden. Radio und Fernsehen hingegen, das kann skaliert werden. Also wie kommt man ins Radio? Das ist einmal auch ein wichtiger Punkt. Live-Veranstaltungen, es gibt viele Live-Veranstaltungen, aber wie komme ich zu mehr Auftritten? Social Medias, auch hier eine unendliche Schar an Menschen, die ich erreichen kann, aber wie komme ich zu mehr Fans und Followern? Printmedien, Blogs, Kooperationen, Werbung, die Homepage, Newsletter oder Wettbewerbe. Nur wer eine möglichst große Präsenz hat, wird auch von Schlagerinteressierten gefunden. Also die zweite Frage, die wir jetzt haben ist, kann mich mein Zielpublikum finden? Es geht also um Präsenz. Der nächste Aspekt ist, wie reagiert mein Zielpublikum auf mich? Da gibt es die direkten Interaktionen, also das Klatschen, das Mittanzen, aber auch das Nachdenklichmachen, zum Träumen verleiten. Und dann gibt es die Interaktionen, die so indirekt sind, also wie Anrufe, Mails, Freundschaftsanfragen, dann Likes, Views auf YouTube, Fanclub-Anmeldungen etc. Es gibt Auftrittsanfragen, Buchungen, den Kartenverkauf, CD-Verkäufe, Download-Streams. Muss ich in gewissen Bereichen noch an mir arbeiten? Das muss man sich immer fragen. Ist mein Gesang super? Sind meine Animationen super? Ist mein Tanz meine Bewegung auf der Bühne? Aber eben nicht nur die direkten Interaktionen, sondern auch die indirekten Interaktionen. Was kann ich da verbessern? Frage 3. Reagiert mein Publikum wie gewünscht auf mich? Es geht hier also um die Interaktion. Und dann natürlich, wie reagiere ich auf mein Zielpublikum? Gefällt es mir, auf der Bühne zu stehen und in einer Menge zu baden? No, no, würde man meinen. Das Moderieren, das Animieren, das Posieren, das muss einem richtig gefallen. Bin ich auch gerne nach dem Auftritt noch für mein Publikum da? Um Autogramme zu geben, CDs zu signieren, Gespräche zu führen etc. Unterhalte ich mich auch gerne abseits des Auftritts, z.B. virtuell. Über Fanpost, über Mails, Facebook, Chats etc. Singe ich eigentlich gerne nur für mich? Oder ist es die Begeisterung meines Publikums, die mich motiviert? Für wen mache ich das Ganze eigentlich? Frage 4. Erfüllt es mich, für meine Fans da zu sein? Es geht also um deine Beweggründe, warum du Sänger sein willst. Und dann kommt noch ein sehr wichtiger Part. Wer hilft mir bei all dem? Was kann und möchte ich nicht mehr selber machen? Z.B. die Live-Technik, Fanclub-Betreuung etc. Dann geht es um das Team Audio. Wer produziert, komponiert, textet meine Lieder? Wer macht die Musik für meine Live-Shows? Dann gibt es das Team Visuell. Da geht es um die Outfits, um Fotos, um den Grafiker, um Videos. Das Team Vermarktung, Management, Label, Webshop etc. Ist meine Infrastruktur bereits perfekt auf mich ausgerichtet? Niemand kann alles allein. Und in jedem Umfeld von erfolgreichen Interpreten sind es auch ganz viele Zahnräder, die da perfekt ineinander greifen müssen. Nur so kann dann das da glänzen. Die Frage 5 also, habe ich bereits das richtige Team um mich? Es geht also um das Schlagwort Unterstützung. Wenn du diese 5 Fragen also jeweils mit einem Ja beantworten kannst, dann hast du aus meiner Sicht wohl auch die Frage, ob du professioneller Schlagersänger werden kannst, schon mit einem Ja beantwortet. Wenn aber vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt ein Hm oder Na Ja steht, dann können dich vielleicht meine 5 Fragen dazu inspirieren, in genau diesen Bereichen mal was zu verändern, mal anzupacken und dir Gedanken zu machen, wie du diese 5 Fragen zur Gänze schon mit Ja dann beantworten kannst. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Kommentare und Ideen. Siehst du das denn auch so wie ich? Oder möchtest du zu meinen 5 Fragen noch welche hinzufügen? Vielen Dank. Vielen Dank.